Mein Name ist Christoph Kloss, ich bin 36 Jahre alt, Mitglied des Deutschen Bundestages und habe vorher in der Unternehmenskommunikation eines großen Hamburger Medienhauses gearbeitet. Ich trete im Wahlkreis Hamburg-Nord-Alstertal an. Der perfekte Abend besteht derzeit aus ganz vielen Tür-zu-Tür-Besuchen mit meinem tollen Team Kloss. Seit 2005 engagiere ich mich in der CDU und versuche ganz viele Themen für unsere Gesellschaft dort voranzutreiben. Ich bin seit meiner frühen Kindheit HSV-Fan und habe einige schöne Momente erlebt, aber leider in den vergangenen Jahren auch einige traurige. Ich hoffe, wir sind bald wieder erstklassig. Die CDU stand und steht dafür, dass wir die großen Themen unserer Zeit mit Technologien, mit Innovationen und mit sozialer Marktwirtschaft lösen. Das wird auch in Zukunft ganz, ganz wichtig sein, wenn wir zum Beispiel darüber sprechen, wie wir die Pariser Klimaschutzziele erreichen sollen. Da setzen wir als CDU auf Wasserstoff oder auf klimaneutrale Kraftstoffe wie E-Fuels. Die CDU ist aber auch deswegen eine so tolle Partei und deswegen bin ich auch eingetreten, weil sie eine klare Kante gegenüber Extremisten aus allen Richtungen zeigt. Gegenüber Linksextremen, gegenüber Rechtsextremen, gegenüber Antisemiten und gegenüber Islamisten. Tiere gehören zu den treuesten Begleitern von uns Menschen und ich mag sowohl Katzen als auch Hunde sehr, sehr gerne. Als CDU stehen wir dafür, dass wir gegen Kriminalität vorgehen wollen und ich möchte mich als Bundestagsabgeordneter in Hamburg-Nordalstertal vor allem auch dafür einsetzen, dass gegen Einbrecher weiter konsequent vorgegangen wird. Ich möchte nicht akzeptieren, dass es in Hamburg-Nord und Alstertal weiterhin zu solchen Einbrüchen kommt, wie wir sie in den vergangenen Jahren immer mal wieder erleben mussten. Und ein weiteres wichtiges Thema für mich ist der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. Ich möchte mich dafür einsetzen, dass U- und S-Bahn in Hamburg weiter aus Berlin heraus gefördert werden. Denn nur so können wir die Mobilität in Hamburg verbessern und die Klimaschutzziele erreichen. Ich laufe sehr gerne morgens eine Runde um die Hamburger Außenalster. Mich hat damals die Arbeit des CDU-Senats zwischen 2004 und 2008 in Hamburg überzeugt. Die CDU hat auf Wissenschaft und Forschung gesetzt und sie hat vor allem darauf gesetzt, dass Unternehmen sich in Hamburg ansiedeln. Davon profitieren wir bis heute, wenn ich zum Beispiel an das UKE in meinem Wahlkreis denke, das sich unter der CDU zu einem modernen Krankenhaus entwickelt hat. Daran möchte ich auch zusammen mit Dennis Thering und vielen anderen in den nächsten Jahren anknüpfen. Wir wollen alles dafür geben, dass die CDU wieder regiert. Und dafür wird auch die Bundestagswahl im September ein wichtiger Baustein sein. Weitere Informationen finden Sie auch auf meiner Internetseite www.christoff-plus.de Ich würde mich freuen, wenn Sie dort mal vorbeischauen würden. Und Sie können mir natürlich auch sonst über alle möglichen Kanäle schreiben. Klassisch per Brief, aber auch gerne über Social Media hier auf Facebook, auf Instagram, auf Twitter oder auch auf LinkedIn.